Ich bin Pyro Extrem und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß hier bei dem Vlog. Und ich bin PyroFreak96 und wünsche euch ebenfalls viel Spaß. So Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute machen wir mal was ganz Besonderes. Ihr seht mich wieder vor der Kamera. Hier, Outfit of the Day. Heute geht es mal nach Freiberg. Und zwar wird in Freiberg heute Veko Feuerwerk ein Produkt vorschießen machen. Von ihren Neuheiten 2017-18. Und das habe ich vor kurzem erst mitbekommen. Um genau zu sein, gestern, heute haben wir nämlich den... Kann ich euch zeigen? No, ich kann es euch nicht zeigen. Heute haben wir den 31.1. Morgen, ist der 1. April. Und ich habe mir überlegt, Alter, ich gehe mal zu diesem Reste... Reste schießen, sage ich schon, ey. Zu diesem Vorschießen, was die da machen. Und ich freue mich auch schon richtig hart, weil dort auch Pyro Extrem sein wird. Das wird mein erstes Meet-up mit Pyro Extrem. Und auch Pyro Freak 96 habe ich gehört, soll dort sein. Und ja, mal gucken, was jetzt passiert. Und ich nehme euch einfach mal mit auf diesen Tag, auf diese Reise nach Freiberg zu Veko. Let's go. So, wie man sieht, es ist auch mega das geile Wetter. Ich kann euch das mal hier so kurz zeigen. Hammergeil. Und ich hole jetzt gerade einen Kollegen ab. Dann werden wir noch ein bisschen bei mir zu Hause chillen. Und ja, dann geht es auch bald schon los. Weil um 18 Uhr nehmen wir unseren Zug. Und ja, mal gucken, wie es heute weitergeht. Was passiert im nächsten Cut, Leute. Bis gleich. So Leute, wie ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt, wir sind jetzt in Freiberg City. Echt eine wunderschöne Stadt. Guckt euch mal hier so die Aussicht vom Bahnhof an. Und dann dieses Traumwetter. Wirklich mega geil. Und wie ihr wahrscheinlich gerade schon gesehen habt, ja, wir sind auf unseren Bikes. Also hier das Bikes von mir. Richtig dirty. Und hier vom Kollege. Sag mal was. Nein. Ja, und jetzt werden wir... Ich zeige euch mal kurz. Jetzt waren wir hier weg. Dann haben wir ja schon ein Navi an. Und dann geht es jetzt in Richtung Veko. Test schießen. Bis gleich. Und dann geht es jetzt in Richtung Veko. So, und damit sind wir auch schon am Platz. Oh, jetzt habe ich an mir fragen. Super. Noch mehr. Yes. Da sind wir. Bei Veko. Mega schönes Wetter immer noch. Mir strahlt gerade so direkt die Sonne ins Gesicht. Und man merkt, ich bin dezent aufgeregt. Weil man weiß, welcher Herr hier gleich austauschen wird oder ist. Und hier seht ihr es nochmal. Wir sind direkt hier. Veko Feuerwerk. Und da guckt euch diesen Sonnenuntergang an. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange es noch dauert. Aber ich glaube noch eine knappe Stunde. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt im nächsten Cut. Das glaube ich schon der Anfang des Feuerwerks sein wird. Und ja. Oh mein Gott. Oh oh. Oh fuck. Ja Leute. Ich sehe da jemanden kommen. Oh no. Oh no. Alles auf. Was geht? Ja, servus. Alles gut. Oh mein Gott. So Leute. Wir sind jetzt hier bei, wollte gerade Feuerwerkland sagen. Aber wir sind jetzt hier bei Veko. Und ich habe hier, naja, VIP-Gäste vor mir stehen. Und ich bin mega am strugglen. Ich weiß nicht, ob man mir das ansieht. Aber ich habe hier, yo Leute. Servus. Stellt euch mal kurz vor. Oh, ihr seid mega gegen die Sonne. Scheiße. Was für Sonne, Digga. Muss ich mich wirklich vorstellen. Mega abgehoben so. Ich bin Pyro Extrem. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß hier bei dem Vlog. Und ich bin PyroFreaks96. Und wünsche euch ebenfalls viel Spaß. Und Marcel, du? Ja, ich bin PyroFreaks und ich wünsche euch auch viel Spaß. Und dann geht's auch viel Spaß. Oh. Oh. Was ist das denn geiles? Was ist jetzt gut? Alter! Was ist das denn? Leute, du haben einen guten Biss! Biss! Was ist das denn? Unbekanntes Flug auf der Kiste. Sehr schön. Schreie, 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 schreie. Oh, fuck! Fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Mega erschrocken! Ja! Schreie, schreie! Ich weiß nicht, ob ich die Trossette habe. Was ist das? Was ist das? Oh, eh? Was? So, Finger schreit. Oh, mein Gott! Boah wie geil! Boah! Ey das Blaue ist... Was denn? Alter! Alter! Ja Leute! Hier sehen wir uns wieder! Das ist der letzte Cut! Und... Es ist schon der erste April, also ein Tag nach dem Vorschießen! Es war hammergeil! Ich kann es nicht in Worte fassen, was Veko teilweise für innovative, geile Neuheiten gebracht hat! Ihr werdet es ja wahrscheinlich gerade gesehen haben hier in der... Zu Schna... Zu Schnammschnitten! Also ich bedanke mich nochmal für alles! Shoutouts geht raus an Pyro Extrem! Es war mega geil dich zu treffen! Genauso wie PyroFreak 96! Zwei unfassbar nette Menschen! Und ohne euch hätte ich das auch gar nicht wahrgenommen, dass dieses Vorschießen da wäre! Hier seht ihr das überhaupt nochmal! Ich habe mir ein bisschen meinen Arm signieren lassen! Apropos signieren auch! Wenn ihr gerade zuguckt! Mega süß! Es wollten teilweise auch Leute von mir ein Autogramm! Also... Mega süß! Ey! Ohne Scheiß! Das ist so krass! Ich kann das gar nicht in Worte fassen! Und ja... Sagt mir auf jeden Fall mal wie ihr diese Vlogs findet! Das würde mich interessieren! Weil das ist schon mein zweiter Vlog jetzt! Nach diesem Grünhainischen Vlog! Und... Ja! Dann würde ich sagen Leute! Sehen wir uns im nächsten Video! Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da! Hau da rein! Und bis zum nächsten Video! Und... Ciao! Bis zum nächsten Mal!